Eine Frage, die mir ganz, ganz häufig gestellt wird, ist, Cordula, wie schaffe ich es, dass ich das, was mir wichtig ist, tatsächlich im Alltag auch tun kann? Eine Methode, um hier Entscheidungen zu treffen, liefert uns das klassische Zeitmanagement. Und zwar mit dem Eisenhower-Modell. Eisenhower-Modell bedeutet, dass du dir mal überlegst, wie wichtig sind die Aufgaben, die bei mir in der Pipeline sind und wie dringend sind diese Aufgaben. Aufgaben, die super wichtig sind und auch eine Dringlichkeit haben, das sind die sogenannten A-Aufgaben und die tun wir am besten sofort erledigen. Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht so dringend, das sind im klassischen Zeitmanagement die sogenannten B-Aufgaben. Und das sind in der Regel die Aufgaben, die bei uns auf der langen Bank liegen. Hast du auch so eine lange Bank, wo zum Beispiel drauf liegt, das Auto zum TÜV bringen, Zahnarzttermin machen, Vorsorgeuntersuchungen, mal eine Weiterbildung machen oder auch schöne Termine, für uns Frauen mal wieder schön zur Kosmetikerin gehen und nicht nur die drei Minuten Gurkenmaske drauf klatschen. Ja, wir wissen es ist wichtig, warum tun wir es nicht? Ja, weil es halt immer nicht brennt. So, B-Aufgabe, hier empfiehlt uns das klassische Zeitmanagement, gib diesen B-Aufgaben einen Termin. Komme ich nachher gleich nochmal drauf zurück. Aufgaben, die nicht wichtig sind, aber dringend sind, das sind die sogenannten C-Aufgaben. Das ist in der Regel das, wovon wir uns hetzen lassen. Das, was uns im Alltag mördermäßig beschäftigt hält. Hier bei den C-Aufgaben liegt viel Potenzial drin, mal zu gucken, an wen kann ich diese Aufgaben abgeben. Schauen wir uns gleich auch nochmal an. Und sind Aufgaben überhaupt nicht wichtig und auch gar nicht dringend? Ja, das sind die Papierkorb-Aufgaben, wo du ab sofort sagen kannst, weg damit, braucht keiner machen. Kurz nochmal zurück zu den B-Aufgaben hier oben. Hier habe ich gesagt, klassisches Zeitmanagement empfiehlt, geben Sie diesen Aufgaben einen Termin. Ich sage dir, bitte mach das nicht. Weil wenn du jeder Aufgabe, die bei dir in der Pipeline ist, die bei dir vielleicht auf der langen Bank liegt, einen Termin gibst, dann ist dein Terminkalender voll bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, hoher Frustfaktor und gerade in einem agilen Alltag dynamische Welten, wo sich Prioritäten auch sehr schnell ändern, kommst du rein in die Nummer, Prioritäten zu verändern, Kalendereinträge zu verändern. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nimm den Eisenhauer gern mal mit für den Hinterkopf. Immer gar nicht schlecht, den zu kennen. Ja, gehört zum Grundwissen Zeitmanagement dazu. Aber ändere ihn jetzt insofern für dich ab, dass du auch überlegst, was ist mein persönlicher Impuls, mit Zeit und Aufgaben umzugehen. Wie tickt mein Alltag? Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich ticke hier Ottmar Anneliese, mein Alltag ist gut planbar, gut strukturierbar, dann wirst du mit Eisenhauer tatsächlich eine supergute Schneise schlagen können. Wenn du aber von deinen Präferenzen eher in der Welt Igo Honey unterwegs bist oder dein Alltag, ich nenne es sehr liebevoll, eher kreativ-chaotisch ist, dann schlage eine Schneise in die Fülle deiner Aufgaben schlicht und ergreifend mit vier Fragen. Frage Nummer eins, überleg dir mal von der Fülle an Aufgaben, die vor dir liegen, wo brennt was an, wenn du es nicht tust? Wo bekommst du Ärger? Wo entsteht ein Schaden? Wo verliert ihr Kunden, Geld? Wo brennt was an? Zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, wo kann jemand weiterarbeiten, wenn ich diese Aufgabe jetzt erledige? Weil du eine Freigabe gibst, weil du eine Entscheidung fällst, weil du Informationen zusammenträgst, mit der die anderen Menschen weitermachen können, wo kann jemand weiterarbeiten? Dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, worauf habe ich momentan überhaupt keine Lust? Was sind so die Äh-Bäh-Aufgaben in deinem Aufgabensammelsurium, wo du sagst, würde ich am liebsten auch einen großen Bogen drum machen? Pack diese Aufgabe an, vielleicht hast du diesen Spruch auch schon mal gehört, eat the frog in the morning, schluck die Kröte gleich am Morgen, weil in dem Moment, wo wir eine ekelhafte Aufgabe erledigt haben, da flutscht der Rest des Tages quasi von alleine. Vierte Frage, die du dir stellen kannst, worauf habe ich gerade am meisten Lust? Was sind so die Highlights, die Perlen in deiner Aufgabensammlung, wo du sagst, Mensch, das jetzt machen zu können, dann geht es mir richtig gut? Vier Fragen, mit denen du eine Schneise schlagen kannst. Und du musst jetzt nicht alle vier Fragen durchmachen, sondern du kannst natürlich sagen, ich glaube, momentan brennt sehr viel und ich habe das so ein bisschen auch entweder im Hinterkopf oder du weißt es auch ganz genau. Es sind ein paar Baustellen offen, wo auch zeitliche Priorität drin ist, wo tatsächlich was anbrennt. Ja, dann nimm diese erste Frage, um schnell für dich klarzusehen. Und ansonsten, du kannst es auswürfeln, du kannst nach Tageslaune gehen, welche dieser Fragen dir Klarheit verschafft. Guck dir deine Prioritäten an, weil in dem Moment, wo du ganz klar auch bestimmst, das hat heute wirklich Wichtigkeit für mich, kannst du einen guten Fokus setzen und diesen Fokus auch halten.